Also ich persönlich würde mich in solch einer Situation entscheiden für den Ausruf eines Notstandes für Westeuropa, verstehst? Das ist nichts mehr. Westeuropa ist kaputt. Das kannst nicht mehr reden. Schau mir das an. Vier Straßen sehen so aus. Und das ist Samstag. Und das duftet nachher. Ein Bett im Kornfeld, verstehst? Und viele sind nicht dabei. Die sind absolut besoffen, verstehst? Eine alte Frau, total im Rausch und 200 Knittelfelder zu Alkoholkonsum gratis eingeladen. Alle Laternen abgedreht. Und dann werden sie fotografiert, werden sie sich gegenseitig nicht schäler entschlagen. Da kriegen sie tausend Vorstrafen.